Ein Experte im digitalen Marketingbereich erzählte eine Geschichte. Es gab einen Millionär und dieser Millionär wollte mehr aus seiner Firma oder aus seinem Geld machen, sinngemäß. Dann ging er zu einem, vielleicht auch sogar der berühmteste und beliebteste Marketingexperte auf der Welt. Er vereinbarte ein kleines Essen, einen Termin mit diesen sogenannten Marketingexperten für ca. 3 Stunden. Und für diese 3 Stunden musste er 1,4 Millionen Dollar zahlen, umgerechnet zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Euro. Warum? Warum zahlt jemand umgerechnet 1,2 Millionen Euro, damit er etwas zu hören bekommt für 3 Stunden, was ihm anbelangt? Wie gesagt, dieser Mann wollte mehr aus seinem Geld machen. Wir nehmen mal an, du gehst zu einem guten Steuerberater und möchtest dich beraten lassen. Und dieser Steuerberater nimmt dann nach einer Stunde 500 Euro von dir. 500 Euro für eine Stunde für einen normalen, guten Steuerberater? Wieso? Dieser Steuerberater hat vielleicht 5 Jahre hinter sich, indem er für diesen Beruf gelernt hat. Er hat 5 Jahre Wissen, die er dir in dieser Stunde vermittelt. Und das ist die Sache, liebe Geschwister. Und was ist mit den Gelehrten? Den Gelehrten, die ihr ganzes Leben lang, die ihr ganzes Leben lang sich damit befasst haben, die Religion des Islams zu lernen, um es dir für Allah subhanahu wa ta'ala beizubringen. Und er verlangt keinen einzigen Cent von dir oder von mir. Nicht einmal ein Dankeschön. Denn sie machen es nur für Allah. Aber du, du wendest dich ab. Stattdessen zahlst du Unmengen an Geld für den oder für den. Stattdessen schaust du dir jeden Tag irgendwelche Sirien an. Stattdessen bist du mit etwas anderem beschäftigt, als mit der Religion des Islams, als mit der Wahrheit. Wir sollten uns schämen, wenn wir so sind. Und da kommt ein Bruder zu dir, der zehn Jahre lang den Islam gelernt hat und weint. Er weint. Er halt dich fest. Er sagt, oh Bruder. Er sagt, oh Bruder. Bete, bevor es zu spät ist. Und der hat Angst um dich. Er sagt, oh Schwester. Schwester, Schwester, bedecke dich, bevor man dich zum ersten Mal bedeckt sieht. Wenn du in dein Grab gelegt wirst. Er weint an uns. Aber was machen wir? Wir wenden uns von diesem wunderschönen Gelehrten ab. Und hören lieber etwas Schlechtem zu. Statt, dass wir der Wahrheit zuhören. Und das ist der Islam nach Koran und Sunna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Und möge er subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam. Liebe Geschwister im Islam. Liebe Geschwister im Islam.